Apprendre, lernen. Vokabeln lernen ist ein wichtiger Bestandteil des Französischunterrichts. In deinem Französischbuch findest du hinter den Lektionen eine Auflistung der Vokabeln. In der Reihenfolge, wie du sie in den Lektionen neu lernst. Nicht zu verwechseln mit der alphabetischen Wortliste, in der du nach Wortbedeutungen suchen kannst. Es gibt in der Vokabelliste immer drei Spalten. Das französische Wort, die deutsche Übersetzung und einen Beispielsatz, der dir zeigt, wie du das Wort benutzen kannst. Du kannst zum Lernen das französische Wort oder die deutsche Bedeutung zuhalten und so gut nach der Übersetzung suchen. Nimm dir jeden Tag nur ein paar Vokabeln zum Lernen vor. Fünf reichen vollkommen. Die solltest du, wenn am nächsten Tag die nächsten fünf Vokabeln anstehen, noch einmal wiederholen. Immer mal wieder kurz wiederholt, festigen sich die Wörter langfristig in deinem Kopf. Das Gute an so kleinen, regelmäßigen Portionen ist, dann sind es nicht plötzlich vor dem Test 40 neue Wörter. Wie du dir die neuen Vokabeln am besten merken kannst? Hier ein paar gute Tipps. Vokabeln nur lesen, das allein reicht manchmal nicht, um sich die Wörter langfristig zu merken. Schreibe die Wörter, die dir schwer fallen, ab. So beschäftigst du dich intensiver damit. Das hilft dir beim Merken und so übst du nebenbei gleich die Rechtschreibung. Du kannst auch per App oder am PC Vokabeln lernen. Meist kannst du in Vokabelprogrammen auch eigene Vokabeln eingeben. Solche Lernprogramme haben den Vorteil, dass du meist automatisch ans Lernen erinnert wirst. Aber du kannst auch kreativer werden. Versuche, Wörter, die inhaltlich zusammenpassen, thematisch zu ordnen, zu sogenannten Vokabelnetzen. So hast du alle Wörter zu einem Thema beisammen und lernst sie in Beziehung zueinander. Zum Beispiel die Woche. Hier kannst du die Wochentage ergänzen. Wenn du nachträglich ein passendes Wort lernst, kannst du es einfach hinzufügen. Generell hilft es, Wörter mit Bildern zu kombinieren. Das kann sich unser Gehirn besser merken. Du kannst die Wochentage zum Beispiel auch in deinen Stundenplan übertragen und weitere Vokabeln passend dazu einfügen. Du kannst dir Wörter auch gut als Wortpaare merken. Es hilft auch, Vokabeln auf Klebezettel zu schreiben und an den passenden Gegenstand zu kleben. Du kannst Vokabeln, die du dir schwer merken kannst, auch an Orte kleben, wo du eh Zeit verbringst, sodass du auch kurz nebenbei nochmal drei Vokabeln wiederholen kannst. Etwa am Badezimmerspiegel oder in deiner Leseecke. Probier einige dieser Tipps einfach mal aus und finde so heraus, was dir beim Vokabeln lernen hilft. Bilder malen, Vokabelnetze zeichnen, Übungen erstellen und sich mit einem Lernpartner austauschen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, lieber in kleinen Portionen regelmäßig Vokabeln lernen und wiederholen, als auf einmal eine ganze Seite. Nimm dir am besten jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um Vokabeln aufzufrischen. So kann der nächste Vokabeltest kommen. Hi, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de. Bis zum nächsten Mal.